Was? Wieder zurück zu gehen? Ja, zur Hauptgeschäft. Schlüssel zum Leben. Ja. Uff. Ohne Scheiß, sie läuft gegen ne Wand und sie macht dann Uff. Obwohl sie ne Frau ist. Was? Was der explodiert? Tret jetzt die Richtung zusammen, Alter. Ich glaub du ist Sau. Leute, wartet auf mich. Ich will auch mal treten. Wir treten diese alles zusammen. Boah, ich will auch treten. Boah, ich hasse das. Wenn man so wenig Ausdauer hat. Was willst du denn da? Du kommst von der Seite und denkst du wärst was oder wie? Hier kriegst du mir ne Scheiß Rohrstange über dem Platz. Boah, Alter. Ich bin mir nicht weggefloppt. Schau, Alter. Ohne Scheiß, sie hat mich doch nur von der Seite angegriffen, weil ich schwarz bin. schießt sie jetzt in den pool das geschwimmen sagt du sollt schwimmen gehen sie geht auch noch schwimmen dann von der reite roundhouse kick ab in den pool mit hier jetzt hätten wir alle zusammen schau mal treten wir treten sie alle einfach zusammen hier die koffer mani mani ab ins wasser hier du musst dahin schießen hier in die richtung jetzt ins wasser rein ist ins wasser gefallen will sie im wasser noch zusammentreten alter unter wasser kann ich sie zusammentreten alter der hat die beine weit offen und ich bin eine frau und tritt ihn immer wieder in die eier weil er ein perversling ist das ist eine wählen die da jemand zusammenschlägt hier ist ein raum die leckereien drinnen hier ist die hat jemanden dietrich hier ist eine geile kiste aber mit dietrich braucht man dafür hat man noch nicht schade 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 wo seid ihr hin meine freunde hier wird ihn zusammen alter verpestet na gut kann das weitergehen wo macht der noch geräusche alter ach der ist jetzt erst tot hier guckt euch die an kommt mal hier in das haus rein ihr müsst euch die eine anschauen und zwar nicht töten hä warum bist du aufgestanden die war da vorher hier noch auf dem bett gefesselt hier dritt sie wieder so zu fuck alter voll erschrocken ein dreckiger bastel immerhin wächst da alter musik alter beim porno dreh geil ey hier liegt ein hammer immerhin sie rein treten alter alkohol nice alter ich drehe die ganze zeit zwischen die beine brutal was soll denn der scheiß so immer wieder ausmachen weg zum nigger der name ist philippe also ich habe jetzt erstmal einen schönen fetten hammer in der hand ein bisschen wasser beispiel odysch sagt ihr odysch yo 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 was geht ab da liegt ein koffer ich brauche noch einen für meine reise geben wir das messer was soll denn der so alter weichei seine ganze familie wurde umgebracht und wir müssen sagen er ist alleine komm her ich nehme dich in meinen arm komm ich auch von hinten ich popp dich in meiner runde oh ja hardcore popping hey justin hör auf hier eure sache rumzuschmeißen schlag in den fernseher rein oh schade dass mir nicht kaputt gekommen die statue sieht aus wie ein schwanz das macht so viel geräusche alter was sieht aus wie ein schwanz ich statue hier ja alles klar reintreten los justin mach's auf bahn alter erst wenn wir durch die tür geflogen denn die 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 Er ist schon tot. Ich bin Lesbe. Ah, haut ab. Ich bin raus hier. Du bist deutsch. Nigger. Hopp, nigger. Du bist so nigger. Du trägst nicht so weg. Keine scheiß nigger. Er schreit immer noch rum. Oh Gott, ich warte auf den Tod hier. Ja, das meine ich ja. So, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Oh, sorry. Oh. Beste ist, wenn meine so sprintet, dann hört man richtig ihre Schwur, Alter. Oh, so fett. Roundhouse Kick. Lasst sie nun zusammentreten. 45 EP hab ich dafür gekommen. Roundhouse Kick stand da. Ich bin tot. Ich bin einfach von der Klippe gesprungen. Selbstmord, Leute. Selbstmord. Ah. Ich bin auch tot. Ich bin hinter dem Haus. Ah, ich bin auch hinter. Ich bin irgendwo dahinter gefallen. Hinter dem Haus. Ich bin nochmal die Klippe runter gesprungen. Ich dachte, ich schaffe es. Oh, siehst du? Jetzt bin ich unten gespawnt. Ist das nicht nice? Wir alle immer runterspringen. Nein, komm, 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 ich schaffe es. Ah, fuck, ich bin tot. Du liegst ja oben auf den Schirm lagst du da oben drauf. Mh. Müssen wir noch die Siegerprämie abholen. Yeah. Die Siegerprämie auch. Ich hab sie noch nicht geholt. Wenn es lief ist. Ich hab die neue Mission angenommen. Müsste ich die jetzt auch noch annehmen? Oder hab ich die jetzt automatisch auch? Ähm. Du hast die automatisch eigentlich auch. Aber du... Ich guck mal. Der Ding ist hier Exodus oder was? Hm. Ja, bin ich drunter. Gut. Dann... Boah, das hat einen kleinen Berghammer. Ich auch, guck. Du hast einen kleinen. Hier, guck dir meinen Hammer an, Alter. Ja, der hat keinen kleinen, der hat einen großen. Meiner ist klein. Guck dir erst mal meinen Stock an. Ich will die Buddel vor mir haben. Äh, die Buddelschippe will ich haben. Weg ist er. Kann man das werfen? Ja, du musst L2 gedrückt halten und dann... Bei mir schlägt der bei L2. L2. Achso, L2, sorry. Und dann halt nochmal RT werfen. Alles klar. Ja. So. Let's go. Lasst uns alle besiegen. Wir sind die Kakerlaken von heutzutage. Ist das? Oh. Ich komme. Das ist ein Messer. Ne, das ist mir die Messer, Alter. Ich bin hier die Japaner Schlampe. Was habe ich da? Grausam Eigenbaumesser. Ja. Ich hebe das auf sie so. Das ist gut, Lack. Das ist ein Scheiß. Mal mit so einem Scheiß anzeln. Wir tapeln. Deswegen renne ich auch die ganze Zeit wie ein Schwarzer hinterher. Oh, da ist noch eine Küste. Jo. Takabugu. Pisser, Alter. Fass ihn nicht an. Nur ich darf ihn anfassen. Pisser. Piss dich. Oh, Justin, Alter. Justin macht wieder die Tür zu. Oh, das läuft wieder in die Ecke, Alter. Ja, du hast Portemonnaie. Hau ab, Alter, du Schlampe. Die klaut natürlich mal wieder alles. Na klar, money. Hat sie in der Bronx gelernt. Aber richtig, Alter. Der andere Schwarze hinter mir, ey, das ist mein Vater. Guck ihn dir an, wie er rennt. Für den da kommt, sie angerannt. Ja, boah. Fass ihn nicht an. Wir müssen helfen. Der versteckt sich einfach nur im Auto. Oder in Lappen. Oh ne Scheiß, der sieht aus wie Roy. Komm da raus, aus deiner Scheißkiste! Der heißt Harry. Hotter Hammer.